Dann setzen wir hier nämlich zwei neue Felder hin. Einmal. Dann machen wir da Gewürze rein. Jetzt müsste ich die Straße abreißen, damit ich da ein anderes Feld reinkriege. Ah, Ackerfläche. Am besten genauso schön wie die anderen da hinsetzen. So. Da hat man Gewürze, dann machen wir hier Gemüse. Haben wir einen Brunnen. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Können wir da hinsetzen. Zur Not noch einen. So. Da sieht es auch wunderschön. Ah, guck mal. Ist doch wunderschön ist das. Wunderschön. Brennholz, Getreide, Gemüse, Früchte. Getreide. Wir müssen gucken, was für Getreide und Gewürze. Getreide und Gewürze müssen wir hochdrücken. Getreide und Gewürze. Guck mal. Hauen wir da Gewürze rein. Hier haben wir ja schon, aber das ist ja, ne. Fleisch haben wir auch. Hat haben wir hier Gemüse. Machen wir da Gewürze hin. Und hier hatten wir auch Gewürze, ne. Machen wir hier beide Gewürze. Dann setzen wir hier eine Straße rein. Oder setzen wir die außen dran. Gemüse. Das ist alles Gemüse, ne. Moin Norman. Alles Gemüse. Was sagt denn das Gemüse? Produktion 23, Verbrauch 16. Das heißt, wir könnten das hier abreißen. Und direkt ein neues dran setzen. So. Machen wir hier Gemüse hin, ne. Setzen wir da Gemüse dran. Wunderbar. Können wir nämlich hier die Straße dran setzen. Die passt auch. Da haben wir einen Brunnen stehen. Der steht einfach im Leer. Irgendwo in der Pampa steht ein Brunnen. Sehr schön. Das ist doch herrlich. Bildung. Denen fehlt ihr dann Bildung. Schule. Ich müsste dann hier eine zweite Schule hinbauen, ne. Oder kann ich die hier hinsetzen? Wo ist die Schule? Da. Das heißt, wenn ich die hier hinsetze. Ich müsste hier eigentlich da reinsetzen, ne. Da reinsetzen. Oder da. Eigentlich da. Genau wo das Haus ist. Wo die zwei schönen Häuser sind. Da müsste ich die reinsetzen. Wir können verkaufen. Dann bauen wir hier eine Schule rein. Wenn ich den abreiße. Lass mich mal gucken. Schule. Passt der dann da rein? Wir probieren es jetzt einfach. Ups. Jetzt habe ich doch beide weggemacht. Och, ne Mensch. Dann hat die Schule zumindest Platz. So. Dann hat die Schule zumindest Platz. Können die Kinder auch ein bisschen rumtoben. Sehr schön. Und das haben wir auch. Herberge ist leer. Da wird auch schon wieder fleißig gebaut. Das 10. Der ist auch voll. Was sagt der? Der ist auch voll. Der ist auch voll. Sehr, sehr, sehr schön. Irgendwie bin ich heute leise. Findest du? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich kann warte. Können wir doch gleich gucken. Können wir doch gleich gucken. Dann schrauben wir den hoch. So. So. Ist hier dann so besser. Ja. So besser. Alle in einer Taverne. Ach. Nein. Nein. So. Machen wir minus. Minus 63. Ja. Das heißt. Das heißt. Das heißt. So. Wir drücken ein bisschen an der Steuerschraube. Und dann passt das. Dann könnten wir die Holzfäller abreißen. Setzen die weiter nach hinten. So. Setzen da die Holzfäller hin. Einmal. Zweimal. Reißen die ab. So. Und bauen hier das nächste Feld hin. Dann bauen wir hier das nächste Feld hin. Sehr schön. Normales Geschäft wird benötigt. Könnt ihr doch haben. Wo setzen wir das denn hin? Setzen wir das da hin? Oder da hin? Setzen wir es da hin. Dann reißen wir hier das Feld rein. So. 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 Das wäre natürlich genial gewesen. So. Du brauchst Wasser. Ja. Ich weiß. Du kriegst Wasser. Sehr schön. Getre... Getre... Äh... Gemüse. Ne. Gewürze. Gewürze. Genau. Gewürze. Gemüse. Ne. Auch Gewürze. Ne. Auch Gewürze. Genau. Brennholz. Wir brauchen mehr Brennholz. Getreide. Getreide ist ein Plus. Gewürze ist auch ein Plus. Dann würde ich aber hier dennoch... Auch auf Gewürze gehen. Da auch auf Gewürze. Dann bauen wir hier oben noch irgendwo... Eine Holzfällerhütte hin. Erstmal. Oder wir setzen die hier hinten unten hinten. Wir könnten ja auch da hinsetzen, ne? Eine Holzfäller können wir auch da hinsetzen. Guck mal. Der passt doch. Der soll ja nicht die Obstbäume hier platt machen. 15 plus. Was sagt unsere... Ne, würde ich Zweier machen. Würde ich hier hingehen und nur noch Zweier machen. Einmal. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Null, ne? Null. Das heißt aber, wir können die kleinen Felder jetzt hier... Weg, weg. Dann haben wir die auch schon mal weg. Siehste. Ja. Clever gelöst. Dann kann die Straße da oben auch weg. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Gemüse. Gemüse. 18. Da sind 9. Da fehlen welche. Da fehlen welche. Da fehlen welche. Ups. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Verkaufen. So. 69 plus. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Was sagt die Herberge? Herberge ist leer. Da brauchen wir auch nichts. Das heißt, wir könnten hingehen. Brennholz haben wir jetzt auch plus. Gemüse. Oh, Gemüse wird eng. Gemüse wird eng. Und Gewürze wird eng. Das heißt. Wir brauchen irgendwo noch ein Feld mit Gemüse. Gewürze, Gewürze. Getreide. Lass mich eben mal gucken. Gewürze, Getreide. Die werden alle eng. Spätestens wenn der Winter kommt dann. Wir können aber hingehen. Ziehen hier eine Straße durch. Bauen hier drei Felder rein. Ihr müsst ja dann funktionieren eigentlich, ne? Limm, Belem, Belem, Belem. Belem, Belem, Belem. Oh, ich liebe die Musik. Ich liebe die Musik. Oder wir ziehen die hier rein. Da ist ein Obstgarten, ne? Ja, komm. Weg. Das können wir erstmal wegziehen. Weg damit. Haben wir hier noch Baufläche. Da haben wir. Dann würde ich hingehen. Da die Straße durchziehen. So. So. dann könnten wir hier waren noch mal die stadtwache reinbauen oder eine zweite feuerwehr wobei ich glaube die feuerwehr ist billiger dann hier ich glaube das machen wir auch so ich mache mal 42 minus ist aber nicht weiter schlimm da trugen wir uns nämlich wieder von dem dings von den verkäufen da trug uns von den verkäufen wieder dann passt hier sieht gut aus dass sie da gut aus was noch cool gewesen wäre wenn man hier so kleine parkanlagen bauen könnte das wäre auch cool gewesen aber jetzt haben wir 350 einwohner die felder laufen auch ja sie ist sehr schön wunderbar gut brenn heute haben wir genug früchte haben auch genug sehr schön das sieht gut aus dann könnten wir wir hatten doch die bräuchte vielleicht noch eine zweite kirche wir haben eine glaube ich eine die bräuchte da ist die kirche könnten wir hier eigentlich noch die moschee hinbauen auf die ecke was kostet die denn 70 und die kirche auch also macht keinen unterschied morgen da so ja das sieht das sieht gut aus hast du da die moschee hier ist die kirche das sieht gut aus das sieht gut aus da sind die schafe 111 her sie ist bildung 48 ich habe nur dumme bauern ich habe nur dumme bauern in der stadt die sind wie der streamer ne ok da kommt das schiffchen da kommt das schiffchen leg an und so fischer hütten wenn auch geil gewesen sechs neue ankümmlinge nur verkaufen 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 so minus 112 mhm ja gehen wir auf 3,5 hoch gehen wir auf 3,5 hoch einfaches haus habe ich keine einfachen häuser habe ich keine einfachen häuser aber ich habe nur zwei ja ne so bitteschön ihr wollt einfache häuser ihr bekommt einfache häuser aber hier ist ja auch noch leer ne da war ja auch noch leer so gemüse guck mal fleisch exzellent habt ihr das gesehen sie ah guck mal sicherheit das heißt hier fehlt auf jeden fall noch mal eine stadtwache wo haben wir die da ne das heißt wir müssten hier dann auch noch eine stadtwache reinbauen ah stadtwache ist da die könnten wir dann da hinsetzen oder dahin oder gegenüber von der feuerwehr wobei ich würde die dann eher hier rausziehen wenn man da hier die zweite straße durchziehen das würde ja funktionieren ne da ist das ha da kennen dann das haus hin quasi da wo der holzfäller jetzt ist die könnte man sich schon mal ne hatte bei auf wiedersehen wenn wir jetzt hingehen und wenn wir jetzt hingehen das 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 die 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 Untertitelung des ZDF, 2020